es wäre auch einfach zu einfach gewesen da oben wahrscheinlich von dem haus da drüben ja wohl nur noch heute schon 60 stück der von mir scheiße die ist genau über mir nicht so geil ich habe mir nicht von das war noch ein boost ja nice ok das ist die letzte in diesem Viertel ja toll oh Gott warum ist es weg oh jetzt ist es wieder da hm, fail benutze ich doch mal einfach den 3-4 kein problem yes ok, was ist denn oh, what ich bin dann gleich verwirrt er ist es draußen wenn es jetzt hier oben ist hier oben, natürlich ok, lauf, lauf, lauf warte, wenn es weg ist das war schnell schnell ich weiß ok, jetzt mal ein bisschen hier mich aufpumpen d 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 hat und jetzt herausforderungen ach wie sie was scheiße verursacht das mache ich vielleicht danach ja ich gehe zu dem bezirk macht den fertig und dann der bezirk und arbeiten wir uns hier so langsam vor schwere ich werde schon bevor ich überhaupt hier mit der story weiter machen will ich schon fertig mit einem wenn ich hier vollkommen aufgepunkt hier wird ich weiß nicht aber irgendwie kommt mir das war man hat in dem in der original story von in famous hat man halt auch die neon frucht frucht one piece kraft kraft der wort alter was los auf jeden fall haben die kraft dann auch in famous second son der original story und irgendwie kommt mir so vor als werde ich hier sehr viel stärker auf jeden fall sehr viel stärker also das ist bisher kommt mir das vielleicht vor also noch jetzt ein sprint durch sprinten in der luft von 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 und von neander für die okay ich kann Oh mein Gott, voll geklemmt. Wo war der? Oh, ein Vogel. Ach nein, wie süß. Ah. Dings. Brent. Über Brent hat man bisher noch gar nichts erfahren. Ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Hm. Wo ist denn jetzt... Das Ding? Natürlich ist es nicht am Boden. Wahrscheinlich immer mega weit in der Luft. Nee. Okay, mit diesem Sprint ist das ja jetzt... Sehr viel einfacher geworden. Das war aber der Verkehrste. Der Regen ist ja einer. Aber okay, ich kann den aber nicht mehrmals im Sprint machen. Äh, im Flug. Anscheinend nur einmal diese Sprint. Oh. Da oben ist das Ding. Okay, wo ist das nächste? Weiter rechts. Jetzt. Ähm. Ja, ich schätze mal... Ich kann wieder hier ganz hoch gehen. Um mal da hinzukommen. Ja. Okay, das war Fail. Das war ein harter Fail. Ich war gar nicht so hoch. Ich war gar nicht so hoch. Ich war gar nicht hoch genug dafür. Okay, wo jetzt hin? Ich bin da hin. Ich bin da hin. Was bin da hin? Okay, wo weiß ich hin? Okay, wo weiß ich hin? Ich kann hier den Baum hochkennen. Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich auch nicht. Nicht gut. Keine... große Probleme. Wo ist das jetzt hier rum? Gut. Hä? Ja, oben drauf. Oh Gott. Ich weiß nicht. Aber hier muss ich die Schienen entlangrennen. Das fand ich schon im anderen Spiel nicht. Natürlich kommt hier hinzu. Wo? Keines... Wie ist das Drexting? Bleib stehen! Jawoll. Das war gut. Ich muss gleich direkt... Ein... Hm, hm. Ja, ich muss hier hin. So, so, so. Ne. Ach, vielleicht so. Jawoll. Ich muss hier... Hier oben noch hin. Oh fuck, ich hab das Viertel verlassen. Egal, kann ich das hier auch noch machen? Ja, das soll jetzt kein... Obidon werden. Easy! Okay. Gehe ich erstmal nach rechts. Okay, ich weiß nicht, ob ich die Laternen hochrennen kann. Natürlich nicht. Okay. Okay. Okay, geil. So. Oh leu. Fett verlinkt. Okay. Einfach verlangt. Heia. Sammeln, sammeln, sammeln. Damals musste ich alle beim... Beim richtigen Teil musste man noch so Energiekapseln. Diese Armee suchen, um stärker zu werden. Hier ist das Ganze ein ganz schön leichter gehalten. Geht zu weit? Leu. Okay. Ich feine gar hart rum. Hm. Leu. Okay. Anscheinend habe ich es berührt. Anscheinend habe ich es berührt. Das nächste ist... Mal wieder hier ganz oben. Der Länge muss ich gut. Ich wette, ich muss da oben drauf. Auf die Schienen würde. Auf die... auf die... Metro Schienen da. Ne, ne, doch nicht. Geil. Nein. Jawoll. Hat sich gelohnt. Okay, dann habe ich hier alles. Dann kommt das für der als nächstes. Hinter mir. Ja. Ja. Joa, ne. Joa, es ist nur niemand stört, dass ich hier die ganze Zeit schon rumrenne. Die Polizei ist aber nicht mehr auf mich abgesehen, du. Ah, ich krieg dich die kleine Wasser. Ich krieg dich. Ich bin schon wieder hier. Oh Gott. Ruf ich dich? Ja. Das verwirrt mich total, ey. Oh Mann. Ich glaub es sollte jetzt kein Problem sein. Dort dran zu kommen. Okay. Hoffentlich startet die Mission jetzt nicht gleich inzündet. Neu, wie ich nicht kriege. Jetzt aber. So. Wäre einfach da ruhig sitzt, als wäre gar nichts. Okay. Unten runter. Unten runter. Und der war doch jetzt geschenkt. Und der auch. Ab zum Graffiti. Ich bin runter. Okay. Das wird ein M. Ich schätze, das wird ein M. Keine Ahnung, was ich da stellen soll. Gar keine Ahnung. Achso. Ja, so ist. Ja, na. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Okay. Und los. Oh Gott. Miese Sache. Was bieg da so schnell ab, denn? Du hast eine Vorspeise. Wann, das ist nur noch nicht. Du hast einen M. Mach! Ich bin. Ich bin. Wann. In. Merk. Und ich bin. Vielen Dank.